Musik So meine lieben Kinder hier in der draußen, hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge Wallheim So wir haben in der letzten Folge tatsächlich schon angefangen unsere wunderschöne Base weiterzubauen Oder beziehungsweise, ja überhaupt eine Base zu bauen und irgendwas, es ist alles krumm und schief Ist ja in Ordnung, aber, oh guck mal, hier kann man ranzoomen und wegzoomen Ich weiß gar nicht, was ich besser finde Ähm, ja, ich möchte das weitermachen heute Erstmal so ein bisschen das hier und ich hab mir so überlegt, das wird so ein bisschen so shitty hier einfach so Irgendwie, keine Ahnung, so eine, einfach nur so Wäre cool, wenn wir hier nochmal eine Platte rankriegen würden, das würde mich total feiern Und, ähm, denn hier vielleicht noch irgendwie was Einfach nur, dass es safe ist Und die eigentliche Hütte möchte ich nachher hier unten eigentlich hinhaben Genau, uh, was ist das? Genau, genau hier hin Ja, das zieht, ich finde das, obwohl das Spiel so echt ein Affen-Ding-Seht Sieht so geil aus, das sieht total schön aus Ich kann gar nicht meckern, lieber spielen Hallo, und was hast du dazu? Halt an Jo, alles okay, Tomty, alles okay Lass uns ein paar komischen Kobolde beklotzen Darauf hätte ich jetzt auch nicht Bock Nein, Halftan, wir müssen heute echt was bauen Aber warum das denn? Ja, damit du zum Beispiel nicht frierst und wir zum Beispiel eine Cooking Station bauen können Was hältst du davon? Hm, meinst du, dann krieg ich ja nicht mal was von dem, wie sie das zu essen Anstatt damit diese scheiße Erdbeeren und Mushrooms Ja, das meine ich, genau das meine ich Okay Dann los geht's Guck mal hier, der Baum, der ist doch schon prädestiniert dafür, dass er einfach umkippen möchte, oder? Lass uns ihn einfach den, den, den Folge leisten So, wie war das jetzt nochmal? Tab und dann, genau Und vor allen Dingen, weit weg Und ich wieder, ich sagte euch das Ich seh das schon kommen Ich hau das jetzt gegen Und der macht meine, meine, meine Bench kaputt Glück gehabt Spawnen die Sachen eigentlich alle neu Bleib hier liegen Oh, der hat mich gedamaged, Alter Allein schon, weil er hier längs gerollt ist, hat er mich gedamaged Häftiger Shit So Ich würde überlegen Auch nochmal einen noch zu hacken, oder? Wollen wir noch einen kaputt machen, oder? Reicht das nicht? Ja komm, wir wollen mal nicht so gierig sein Lass uns doch einfach jetzt irgendwie Versuchen, das zu bauen, wie ich das gesagt hätte Also einmal ein Wood hätte ich gerne nochmal So ein Wood Wood floor Dings Wie nennt es sich hier gleich? Hier, genau Hier Wood Wood Floor Dings Halt Ah, komm mal, er wollte Entschuldigung, ich habe voll Das Mikrofon reingebrüllt Und euch total so ein Tinnitus verursacht Ach komm, gib mir doch mal eine Chance Jetzt hier, dass das Ding hier vernünftig Das ist echt schwer Gut, ne? Was? Ja Entschuldigung Die Freude war sehr groß Einfach Aber der Unterdörfbüll bauen Aber dann hätten wir der übergebaut, ne? Und dann hätten wir Das, ich weiß nicht, wie das denn Enden würde In was würde das hier bloß enden? Ah, ah Die Brenne, die Brenne Uh Oh Oh Ich habe so einen kleinen Man merkt das nicht Ich habe so einen kleinen Hustenanfall Moment, wie kann ich denn die Axt Okay Ja komm, weißt du Lass uns, lass uns hier Tetris spielen So Wäre natürlich ziemlich nice Wenn wir hier das irgendwie auch nochmal so irgendwie hinkriegen Irgendwann, dass es bündig ist Aber das werden wir wahrscheinlich nicht schaffen Doch, indem wir das hier machen Okay So, und wenn wir jetzt hier noch einen drauf kriegen, ne? Das wäre so sexy Aber das kriegen wir nicht hin Aber Momente Ah, hier Ist hier nur dafür da Damit wir Irgendwie uns nochmal so eine Mauer aufstellen können hier Einfach nur, dass es hier Ihr wisst schon, was ich meine Dass da irgendwie überhaupt eine Wand stehen kann Hier, da Da ist er willig Da ist er gewillt, dieses zu tun Das ist mir ja kackegal, ob man schon ein bisschen Felsen da sieht Das interessiert mich den feuchten Forz an für sich Das ist nicht leicht Da das ran zu pieken Ich finde es nicht unbedingt leicht Na komm Du willst es doch auch Einfach nur da unten Hier so Gibt es da eine Möglichkeit Freunde, Leute Da draußen, die ihr zuguckt vielleicht Habt ihr Gibt es eine Möglichkeit Das besser anzudingsen Gibt es so etwas Warte mal Wofür ist das denn Dieses Left Shift denn da Auch nix, ne? Rotate Wisst ihr was? Scheiß doch der Hund drauf Erstmal können wir hier ein paar Wände ziehen Darum geht es doch erstmal So Kriegen wir auch Wände mit Okay, guck mal hier Wood Door Wood Gate Ja gut Gate wollen wir nicht Äh, im Übrigen Es gab Da mal einen Zuschauer Der fragte mich Der ist auf Deutsch jetzt Ich wollte gerade sagen Ich glaube das jetzt mal auf Deutsch Ob ich das mal übersetzen kann So, jetzt habe ich es auf Deutsch für dich geschaltet Lieber Timme Timme, Timme, Timme Oh geil Das hat zufällig gepasst Ich hab Timme gesagt Und dann BAMS Hat er gepasst sofort Hier ist nochmal Timme, Timme, Timme Okay, geht nicht Okay Äh, hier, die gehen eigentlich noch hin Nur einfach nur, damit es besser aussieht Was? Nun komm Ach komm Ach komm Komm schon Gib Weißt du An und für sich Willst du das tun Du willst es auch Glaub es mir Wie kann ich denn an der Workbench Das hier reparieren Weil ihr habt es hier gerade gesehen Also Use Crafted Needs Roof Needs Roof Oh ja I need's erstmal Chunks Damit ich überhaupt was bauen kann Also ich wollte hier alles All nicht reparieren Geht das irgendwie? Hat man da die Möglichkeit Das hier jetzt zu reparieren? Okay Lass uns Wie viele Steine Habe ich noch am Start? Okay Ich glaube Lass uns einfach mal Neue Sachen holen gehen Ich glaube nämlich mit Ich glaube einfach mit dem Was wir jetzt hier haben Wird das hier so schnell nichts Wir müssen erstmal gucken Dass wir Uns Eine neue Axt Es muss aber doch möglich sein Irgendwie Die Sachen zu reparieren Die wir hier haben Damit ich dann Ja Damit ich dann Nicht mal alles neu machen muss Okay Noch mehr Maschums Ah Guck mal Da ist es passiert Kompletto Kaputto So So Und jetzt würde ich gerne mal Jetzt Jetzt was kann ich hier tun Kann ich Da irgendwie was Darauf machen Hier steht nicht Dass ich es reparieren kann Oder so Scheiß Komm lass den Stein Wir müssen das ja irgendwie Wieder in Gang kriegen Aber Nicht ohne Knüppeln Nicht ohne Knüppeln Werden wir uns hier knüppeln Okay Das war ziemlich üde Tag das hier von neulichs noch rum Was ist das? So ein Stein Hör doch mit Ist immer gut Dass wir hier oben immer Wieder neue Sachen finden Das hilft uns dann doch Schon ziemlich weiter Eigentlich Na komm Da können wir zumindest Wenigst eine neue Axt craften Oder was Ich weiß nicht Don't Axt craft Komm Hau ein Da kann ich dir Irgendwie entsorgen Ne Bob Hau Er entsorgt dir wirklich Und schmeißt dir hin Und liegt dann da Einfach geil Aber das muss gehen Also da bin ich noch Ziemlich unschlau bei so etwas Das müsste ich noch irgendwie In Erfahrung bringen Wie es geht Ähm Dinge zu reparieren Wahrscheinlich geht es nachher Durch die Bank Eigentlich mal oder? Oh Oh Hammerhart ey Nice So und diese Diese Bergen können wir nicht auseinander hauen Ähm Da Das Bergen Ja doch Oh Gott Baumkunde Ähm Da ist zu hart Ist das Holz Ah guck mal hier Diese kleinen Fraggles sind wir am Start hier Wollen wir uns fighten Kleine Missgeburt So Ja Ist ganz schön Äh Weiß nicht Hat man nicht viel von Von so einer Axt Ne Aber wie geil Das von Weitem aussieht Hier wieder Da mein Feuer unten leuchtet Einfach ne Das ist schon schön Schon schön Oh Be careful Alter Das soll jetzt safe sein Ich möchte mich Oh Gott habe ich mich erschrocken Hässlicher Wichtel Okay Hammer kann man ja auch Aufs Maul hauen Alter Vater Aber man ist ja selber schuld Man hat den ja gehört Na Da macht ja mich Oh 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 Wir reißen den ganzen Wald auseinander Ich muss sagen Mein Englisch ist aber nicht so weit Dass ich weiß Was jedes einzelne Material heißt Das muss ich sagen Das weiß ich teilweise nicht Ich bin ein Nur dummer Realschüler Und Busfahrer Alter sagte dir Was für die Rollen der Stamm Hier alles verursacht kann Bei diesem Spiel hier Wisst ihr was hier fehlt Glühwürmchen Ich denke mal Das ist irgendwie so ein Ich weiß nicht So ein Baumglippermaterial Vielleicht Arzt oder so Oh 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 Hat mich gerade So ein Indianer Schon zerrt Bleib doch mal stehen Bleib stehen Und er rollt einfach weiter Diese Spiegelung im Wasser Einfach schön oder Das ist ein Das ist ein wunderschönes Spiel Ich bin so verzaubert Ich finde das mit den Jigdrasier ziemlich gut Ich denke mal Das soll Jigdrasier sein Pfeil und Bogen wäre nicht schlecht Na Ja So Hammer Lass uns was Hämmern Und zwar Hier so eine Tür ist nicht übel Aber eine Wand ist glaube ich Ziemlich geil oder Eine Wand wäre richtig cool Wenn da Wenn da Fenster so drinnen wären Oder Ich weiß nicht Warte mal Gibt es noch rückseitiger Gibt es Fensterwende Das würde mich jetzt Echt mal interessieren Sieht natürlich ein bisschen Schöner aus Als denn immer so Olle Hier Guck mal Palisadenzäune Können wir auch schon machen Hör mal Und kleine Zäune Dann macht man das doch so Warte mal Au Feuer 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 So Ja Na klar So Ja Ich weiß was ihr denkt Du hast echt Ein Stand Du hast Du bist Ja Aber wisst ihr was Ich denke Genauso über mich Jo Ist das schnell So Wie viel cool Ja Das ist Wirklich wahr Ich fühle mich Wirklich Kalt an Ich bin mir sicher Das sieht auch Fast cool aus So Dann machen wir hier Einen von halben Hier können wir auch mal Halben hin machen Hier machen wir noch Einen ganzen hin Ah Wer hat euch eingeladen Hier mich zum besuchen Wer will Hälften Um eine Allianz Anbetten Oh man muss aufpassen Man kann hier seinen eigenen Scheiße kaputt machen Ach nun hör mal auf Ja Genauso Warte ich muss mich immer Ich verdrück mich noch Ich krieg das fast nicht mit Das ich manchmal verdrücke Ach guck mal hier hab ich vergessen Noch eine große Wand zu ziehen Hier Hier was ich damit mach Das weiß ich auch nicht Ist einfach so ein Lüftungsschlitz Oder so Beatmungsschlitz Für uns Oder sowas In der Richtung Ich weiß nicht FIFA vom Wer schleicht Des Nachtes Hier herum Wow War viel cool So Genau Okay Jetzt brauchen wir noch Ich verdrück mich Ihr seht es selber Ich bin Ich verdrück mich Gibt es da irgendwie Gewisse Unterschiede Da könnte ich jetzt die Türen Wollen Aha Guck mal Er war sehr halb doof Warte mal Aber hier ist ja auch doof Hier ist auch doof Nimm mich hier eine Tür Das verließe aber Wir hätten hier noch Eine Wand einbauen müssen Warte mal eben Au Schade an für sich Aber hier vor Ja hier geht's Ah ne ihr seid doch zweimal gegangen Hä Jetzt fühlst mich aber verarschen Jungen Kann ich das wieder weg machen So hier machen wir noch mal schnell Eine ganze Wand dran Und hier vielleicht noch mal Tür zuhören Ne Fakt ist wir brauchen irgendwie auf jeden Fall ein Dach So fangen wir mal damit erstmal an Ein Dach Ein Dach über Kopf Eine Ecke Ich weiß immer nicht wie man diese Ecken am besten eindrehen kann Das ist ein So und dann käme hier so ein Dach darüber Warte mal Wofür sind die denn Das wäre so ein Zäunchen Das sind die ganz normal typischen Dächer Die man sich dann selber zu bemült Warte mal Hä Ne vielleicht aber so rum Warte mal Wie schön Ja genau Hey Wo ist der hin Hallo Ein heißes Erlebnis heute hier mit euch das Spiel Freunde So Eben hat er die noch raufsetzen wollen Warum macht er das jetzt auf einmal nicht mehr Also durchgehen Ach shit Wie komme ich denn in meine Tür rein Open Door Ah ok Closed Door Yes Ok ich glaube wir sollten uns mal unbedingt irgendwie so einen Zaun oder ins Lager vorher bauen Damit ich da nicht permanent irgendwie Reinlaufe Oh ich wünschte mir so sehr er wird den jetzt da oben rauflegen Genau Das hieße jetzt Ich bräuchte hier nochmal Hier oben drauf Kann man drehen Haut er den nebenan Das wäre der Hammer Nö warum auch ne Weil Ähm Entschuldigung Selfmade äh äh Windows Wahrscheinlich sollen die so in Wirklichkeit gar nicht aussehen Wahrscheinlich gibt es dann irgendwann mal Ne Möglichkeit selber ein Fenster zu bauen Aber Weiß ich nicht wie Ich kann das nicht Oh komm schon bitte lass mich nicht wieder ins Feuer latschen Ich will mir den gefallen Ich will das nicht Oh alter Äh Man braucht so viel Geduld für dieses Spiel Also wenn ich hier mit dem Hammer unterwegs bin kann ich dir hier die fucking Tür nicht aufmachen Ne Das mal dazu So Ähm So Erstmal habe ich mir ja überlegt ich sollte mir erst mal mehr Holz sammeln Vielleicht mal ein paar Erdbeeren essen hier oder was Hier Ich habe doch noch Mushrooms hier Hm Es gibt Schnellslots Dingens hierfür Das ist der Hammer Habe ich gerade erst gesehen Tür rauf 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 Es sieht da alles noch ein bisschen chaotisch aus Aber definitiv müssen wir uns hier gleich mal einen Zaun vorlegen Wie gesagt wir verbrennen uns mal den Arsch hierbei Ach doch das kann sich für die erste Base kann sich das auf jeden Fall schon mal sehen lassen oder Also das macht schon mal echt einen guten Eindruck Also mein ich Ihr könnt ja sagen was ihr davon haltet Nein das will ich voll kackere Tom Schuh Du musst das viel besser machen du Noob Ne du Opfer So So Alter Äh Scheiß Dreck Voll Fuck Aber wenn sie broken ist wie kann ich denn die reparieren einfach mal schnell Das wüsste ich gern das muss doch irgendwie gehen Ich hätte es jetzt so endlos gefeiert wenn du hätte das Fisch mich angegriffen So So Dann mal weiter im Text Boah Macht gleich Damage bei uns in der Base Alter Sehr Sehr nice Sehr nice Sehr nice So So Mal gucken wie weit wir jetzt damit erstmal kommen Ähm Ähm Was ist das Was ist damit wie kriege ich das hier auf die Kette Ist nicht im Ernst Ist nicht im Ernst Ne Das ist ja albern So wartet dann nämlich Was ist das Vorne Vorne Ach das wäre das Obendrauf Richtig 26 Grad Ähm Ups Ich komm Ich komm Ich komm Ja Man merkt man muss echt nur rum fingern dieses Spiel So So das wollen wir nicht wir wollen den hier ausprobieren Genau Und zwar so Dann einen daneben Und den daneben Ja Okay So So Nice Hahaha Geil Ja Nein Wir brauchen wieder Materialien Ich hätte gedacht das reicht vielleicht aber lass mal gucken hier kommen wir durch Juhu wir können hier durch Hier müssen noch eine Tür hin oder ich weiß nicht keine Ahnung aber das ist ja nicht ganz so groß hier alles Und das ist natürlich echt albern hier was ich hier gebaut habe aber naja gut okay Auf jeden Fall müssen wir gleich hier über diese diese weg statt hier quasi nochmal gleich irgendwie Oh Ja Ein Dach bauen damit ich hier Aber wie machen wir das Ich glaub dann nehmen wir Die kürzeste Seite auch wie hier und zwar auch so ein Spitzhutdach hier dahin Aber wir müssen erstmal auf jeden Fall noch ganz viel hacken Resting Okay cool Was ist denn das Winkel Ach das ist ja Okay Ich glaube ich eine zacken Höhe hier Oh das sieht doch schon nach was aus Kann das schon das sieht doch schon was aus Ich find's schön Es ist so beautiful So ich glaub wir hacken jetzt zwei Bäumchen So ein Möwen würde ich gerne mal essen ne Ist glaube ich in Norwegen noch so ne Dass man da Möwen isst und daraus ein ähm Ähm Kompott macht Kompott Ich weiß nicht Kompott Nicht Kompott hier Auflauf Na wie nennt sich das denn gleich Uh Uiuiui Oh Sagt der, sagt der Ähm Doch man Ein Tropf Boah Diggilein was geht Ah Monster Ne Na komm Ich krieg's ja mit'n Hand auf die Fresse Digger Ich geh noch hinterher Oh wie die gleich zerfetzen Mumps Und weg ist er Was sind das für Fische? Oh Boah Wir haben aus der letzten Folge draus gelernt Wir sollten auf jeden Fall nicht im Weg stehen wenn der Baum kippt Ich schwöre wenn wir noch mal so reden unter die Augen läuft äh unter die Augen Na ja unter die Augen kommt und mich so erschreckt alter Dann kriegt er auch gleich ein Hammer im Kopf So Hacke Hacke Und Hacke Und Hacke So So Kinderchen Wir bauen das hier jetzt erstmal fertig aber allerdings das passiert in der nächsten Folge Ähm Ich hoffe das Dach brennt nicht ne? Gibt das? Ich weiß es nicht Keine Ahnung woher soll ich das wissen Ähm Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge Dann bauen wir das jetzt vorbei oder zu ändern Dann wollen wir mal gucken dass wir in der nächsten Folge vielleicht nochmal irgendwie erblicken können Ähm Was noch möglich ist was wir bauen können Ich denke wir werden auch mal irgendwann mal härtere Äxte bauen oder Kampfexte oder so ein Scheiß Irgendwas muss ja weitergehen schmelzen oder so Ich denke wir werden auch noch ein bisschen reisen müssen Also wir sehen uns wieder in der nächsten Folge bis dann Tschüss Tschüss